die Angst wir sind wieder da ab 6 nein also auch kein wir machen es so wie Schultz mit Wir machen jetzt eh die Schlange, haben wir gar nicht gesagt. Schlange? Ja, die müssen wir da rauf. Da unten, in der Oppen. Schlange aus dir. Ach Gott. Ich bin gespannt, wie das jetzt wird. Schlange war okay, die muss drei, vier Mal treffen. Ich hab sie gleich damals wie ich das hab. Ich hab drei Mal daneben geschossen. Das ist immer gut. Klassischer Lieb. War die, die... Achso, die haben wir ja abgefasst, bevor wir gesagt haben, dass wir die noch zwei Mal machen müssen. Ich glaub, da dürfte eh nichts mehr sein, ne? Ja. Wir haben nur den einen noch im Raum über den Tisch. Und wir können die eine Tür nicht mehr verwenden. Ja. Na komm mal. Ist so schön. Ich bin wieder nüchtern. Wir haben es nicht geschafft, ihn zu retten. Ja. Ich muss nicht so ein Serum mal schnell poschen. Ich glaub, ich nehme gleich die Schruppe hinter. Ich will jetzt uhlachen, wenn das gar nicht ist. Ja. Aber ich muss sonst dem ziehen. Ich bin ja nicht gespielt, so dass da aussieht. Oh, ich brauche eine Schlüssel nicht mehr. Sehr gut. Na, die sind dann unten im Gewächshaus. Spoiler. Ja, das bin ich gespannt, wie die Schande ist. Ich hab mir glaubt, du bist ja schon die Trophäe, dass wenn du den ersten Angriff ausweichst, dass du was kriegst. Okay. Oh. Perfekt. Noch mehrmals. Das ist der Urscheiß. Ich hab mit Christian Mist nicht gekriegt. Ja, der Spiel ist besser alsanguard macht... Der Spiel ist besser als clauses... ...die Held der kam. Geht? Geht weih! Geht? Geht? Seht jetztmäßig! Ich bin gut geil. Jetzt bleib mal stehen. das ist es nicht sehr schön ja ich will dir den Kopf schießen jetzt weg 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 au vergiftet und rot ja nimm was vergiftet und rot au jetzt weg ich hab keine ahnung ich hab nicht mal geschossen du hast noch ein Schuss oh bist du hin? nicht schießen nicht schießen die verpiss dich jetzt es gibt irgendwo ein Loch in der Wand es hat keinen Effekt mehr ja ich triff's dann nochmal zollte die Maske einmal mit allem wahrscheinlich ja jetzt ist die Maske jetzt haben wir alle Masken mal wir jetzt wie schon sind wir eigentlich ist schon bald da wo ich war mit dem jetzt verstehst du natürlich was ich meine damit ich habe daneben schlossen sie haben und materiert und wieder bei der riech ich mag die verletzten wenn du auch noch zusammen Barry? Barry? Wahrscheinlich brauchen wir sie auch nicht. Ja, ist noch besser. Ich bin sogar ganz gesund wieder. Ja, voll toll, Eivern. Danke, Barry. Das kann ich mir als gar nicht mehr erinnern. So. Ich will mal eins wieder weggeben. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich in dem Sinn eh nicht. Gebrauchte Munition weg und das brauchen wir auch nicht. Genau nicht. Das Wien wappen jetzt. Dann gehen wir dann eh. Da war dann eh nichts für. Abschmeichern müssen wir es nicht mehr nehmen. Nein, wir brauchen 4 Minuten. Wir haben grandiose 5 Minuten. Juch. Bin ich ein Kreisloch. Das war jetzt nicht. Ich glaube Folge 4 hatte 7 Views. Bitte. Auch wenn einer davon von mir war. Wir könnten alle Leute, die das Video angeschaut haben, eigentlich hier einlassen. Ja, das stimmt. Wo waren... Das war einer unter dir. Ähm, das... Was meinst du nicht? Ah, das ist da. Das ist da unten. Ja, du musst. Der habe ich auch nicht. Achso. Ich meine, wir gehen jetzt nochmal die Maske und... Achso, die da unten haben wir noch gar nicht. Das wird wahrscheinlich der letzte... Haben wir noch einen Schlüssel? Ne, einen, ja. Ja, dann wird das wahrscheinlich der sein. Für die und damit haben wir den auch. Was soll ich dir gleich öffnen? Können wir machen. Wir wissen eh nicht... Ja, gehen wir runter, schlimmfalls können wir neu laden. Ja. Von dem her. Aber ich denke jetzt nicht, dass da irgendwas sein wird. Also zumindest will ich das jetzt nicht. Hm. Oh, da aber der Schlüssel passt. Ja, weiß ich jetzt nicht. Mein... Ja, wir haben eh schon fast nicht hin. Fauen wir nach. Boah. Der haben eh schon fast alle Türen aufgemacht hat. Auf gott, dass der schnelle! Oh! Ich habe vergessen, dass da noch welche waren. Deswegen haben wir auch nicht die Tür aufgemacht. Oh Gott! Ich hab die Schraube endlich nicht... Ja, lauf weiter! Ah! Wo ist denn das? Geh mal kurz auf die Karte. Was für ein Idiot. Äh, ja das ist da die Leppe. Da kommen wir um die Ecke. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, 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 schnell. Der geht ja viel schneller, der halt. Sie haben die Schüsse. Ja, sie brauchen die Schüsse nimmer. Das ist die Karte. Da gab es einen Höhenunterschied von der Treppe, dass du über dich stehst. Ja, ja. Oh Gott, wo sind wir da? Ich hab einen Schuhhaus? Ah nein, die Küche. Einen Haken Gewürze? Ah, ich glaub da war er nicht. Hey, da liegt ein Messer, oder? Nein, das ist Munition. Ja, da liegt doch ein Messer. Genau, wollen wir nehmen, dass das ist. Ah, jetzt kann ich es nimmer. Weil der noch Elektroschocker sich als nützlich erwiesen hat bisher. Oh Gott, ne, oh, ich weiß schon, was da ist. Machen wir weiter mit dir. Ich mag's ja gewinnt, du nicht. Oh. Jetzt hätten wir das zum Abfackeln brauchen. Ja, das wär ganz gut gewesen. Okay, das war's. Also war's total unnötig. Naja, der Schlüssel ist los. Der Schlüssel ist nimmer los. Oh ja, das ist hier. Ein weniger, noch ein Schlüssel weniger. Ja. Da müssen wir dann wahrscheinlich den Strom aufträhen etc. 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 Ja, also können wir jetzt eigentlich wieder rauf. Ja, vollstens wieder an der Land. Ja, also da rüber, ja. Zum Friedhof einfach die Maske abgeben. Ja, wir kriegen so ein Ding. Kann sehen. Wir haben jetzt nichts Böses heißen, dass wir doch nur der Hausmaß nicht mehr. OI! Wir hatten wieviel... Ein Kaum bis jetzt. Und jetzt war mal... Wir haben ja schon viel schon gehabt, wir haben aber schon. Okay, ich geh weg, lau nach. Ich geh einmal um den Tisch, der rennt jetzt eh eine Ewigkeit um den Tisch herum. Ja, der eh, da brauchst du keine Munition. Ja, sehr schnell ist auch nicht. Ja, vollkommen unnötig. Wow, ich hab mein Leben. Was? Ja. Angst, Angst, Angst und Schrecken. Tische. So. Feinde von SWAT Teams im Spiel. SWAT. Oh Gott. Oh Scheiße, ja. Kommt der jetzt runter? Ich denke mal. Ja, schieß. Ja. Ja, rennt vorbei. Ja, rennt vorbei. Oh, blödige Richtung. Blödowinkel. Wann kann der Stieg schneller als du laufen, oder? Ich weiß es nicht. Geh mal irgendwo rein. Ja, nicht. Wo, wo, wo. Geh mal da rein. Ne, es ist dann weiter hinten oder weiter vorne. Das ist jetzt nicht so toll. Ach, denn wir haben eh Kräuter zum Mischen. Ja. Ja. Ah, perfekt. So. Das war sogar die richtige Tür. Ja. Gehen wir da rein und dann rauf zum Friedhof. Ach Gott, ich bin durch mitten rechts rum. War kein Bier? Wir fahren weiter. Ja, da war auch noch etwas. Ja. Ja. Ich bin gespannt, was passiert. Ja, wir werden es eh gleich merken. Ich glaub, irgendwas ist da drin. Ja, in den Nass uns umsonst vier Masken sammeln. Einmal Masken und alles, ne? Geh jetzt da. Ich bin gerade eins. Dieいうme und jetzt die Fallschub ist. Ja, ich bin jetzt die Fallschub. Es ist die Fallschub. Ha. Ja, den ist nichts. und ich habe jetzt eine Pistole mit das reicht gegen den der hängt nicht gleich fest oder auch nicht oh fuck nimm Dings, nimm Leben ich kann gar nicht mehr 1,2 jetzt nimm Leben Hörwarnung Hörwarnung Was? Wer wird denn gleich? Ja, keine Ahnung, wird dem gleich rennen, glaub ich, soll das heißen und jetzt ist was drin Da liegt auch was Gut, dass ich die Wiete hatte Ah, das ist das für die... Naja, voll. Ach, danke. Ja, aber ehrlich gesagt, ich bin eher glücklich, weil von dem haben wir deutlich mehr Munizierung. Nächstes Mal, ja? Mal rein. Toll. So ein Ballartzeichen. Ein bisschen, ja. Dann hab ich da in den MPM drückt. Tü, tü, tü. Aber die Grittenkreisrennentaktik bringt's. Tö, 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 tö. Musikalisch. Jetzt folgt die Penny Hinch. Ja, voll. Nein, das war's. Wie denn? Ja, ich hab mich verdrückt. Ich war mit dir. Ja. Ja, aber wir haben's nicht in den Wind. Das sind wir das Wettbewerb. Nein. Das andere wird wahrscheinlich für die Tür... Wo zur Hölle war das Windpappen? War das oben bei der Treppe da? Das wird da da oben. Da oder Hunde ist ja. So, Schlüsselarmee keine. Und dann kann's nicht durchgehen. Oder? Da waren ja noch die Hunde und die zusammen. Von oben können wir gar nicht. Das ist der einzige... Oh, 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 oh. Geh mal zurück, geh mal zurück. Drum Friedhof kann ich. Ja, dann mach's so. Ich wusste ja geil, dass man das machen kann. Ach, den Pädophilen. So, drum Friedhof. Ja. Geh jetzt am schnellsten. Wir haben wieder drum Friedhof. Ja. Die tapezierte Tür. Wir müssen ja schauen, dass wir irgendwas für ein Gemüse finden. Das Geräusch war vorne nicht, oder? Ja. Will ich mir das jetzt mal an. Top. Wo der abgibt jetzt. Warum? Wo das? Wo das? Boah, ich besuchte vor, dass wir das da übrigens nicht versaut haben. Wenn es das nicht versaut hat, greifen nicht die scheiß Feen an. Mist, Viecher. Also jetzt geradeaus. War das? Ich glaube ja. Ich glaub, das sind noch Zombies. Das ist nicht schwächer. Oh Gott. Der ist schnell. Okay, der sind also beide jetzt verwandelt anscheinend. Nein. Ah fuck, da ist der Hund auch noch da. Du bist schneller als der Hund. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, nein. Nein, ich stehe nicht richtig. Hoffe ich. Nein, das war wohl was anderes. Okay. Und wir verbissen uns. Das war es trotzdem wert. Weißt was, ich scheide jetzt auch. Ja, ich hab auch noch mal 10 Sekunden. Ach. Geh bei ihr. Es ist immer das gleiche ein Schuss, aber hauptsache es immer noch mal Schaden. Voll die Frechheit. Wir haben eh nichts zum Leben. Wir haben eh nichts zum Leben. Ja. Das Problem ist jetzt, das ist ein enger Gang als zwei von denen. Und ich bin Gabe. Wenn du jetzt drauf gehst, gehst du drauf. Ich nehme das jetzt mal. Boah. Falsche Tür. Bitte lass es dir. Ja, ich muss dir richtig sein. Der lass es alles muss dir gehen. Weil der andere ist jetzt nur gelegt. Noch ja. Weiß nicht, wann der auch noch. Ich hoffe nur, dass er nicht durch die Tür kommt. So. Gehen wir jetzt. Die Option. Ganz langsam. Schau mich nicht an. Keine Ahnung. Ähm. Wir haben irgendwas übersehen. Irgendwo legt noch ein Schlüssel. Da haben wir sicher auch noch geschockt. Wann braucht es zwei? Ich glaube, ich bin langsam überlegen, dass wir das Gewehr schon mal mitnehmen. Ja. Das klingt gut. Okay. Das geht auch wieder rein, weil das braucht dir keiner. Ich will wieder eh lachen, wenn wir das genau wieder brauchen und dann für das nächste. Wahrscheinlich, das ist der Klasse, dass es grundsätzlich passiert ist. So. Gehen wir es jetzt mit. Ja, wir haben da nicht noch drei stehen. Wir haben noch drei Plätze. Ja, das passt. Schlüssel haben eh keine mehr. Wie viele Leben haben wir. Ja, wir haben auch keine. Ich warte noch bis ich rot bin. Ja, ja. So. Also da kommen wir nirgends weiter. Was in der Mitte? Das ist interessant. Schlüssel haben wir keine mehr für das. Ich bin die ganze Zeit überlegen. Da oben. Schau. Ja, das ist der Tiger. Achso, da mit den Augen. Ja, ja. Ich frag mich, warum das immer noch rot ist. Ah. Warum ist das rot jetzt? Da oben. Wegen dem hinten. Weißt du, wo wir das Emblem jetzt eingesetzt haben? Ah, ja. Stimmt. Dort die Türen können wir vielleicht, obwohl die sind alle rot. Das können wir nicht, das können wir nicht. Also da können wir nicht weit rein. Waren wir da ganz oben schon? Das ist von der anderen Seite verschlossen. Das weiß ich noch. Das werden Schlüssel sein, die wir nicht haben. Das wird der Helmschlüssel sein. Dann haben wir den einrauben. Das ist die Spencer Tür. Keine Ahnung, was mit der ist. Ja, ich kann nur die roten Räume und die Bakone halt untersuchen. Wenn wir da irgendwas vergessen haben, übersehen haben. Was haben Sie bald bis nicht über? Hm. Die Frage ist, ja. Die Frage ist nämlich zum Unteren kommen. Warte mal kurz. Das da oben haben wir schon probiert, oder? Also alle die roten haben wir auch wirklich probiert die Türen, ja? Da geht nichts mehr. Wir können jetzt nur schauen, da wo es halt rot ist, ob wir da noch was finden. Das wäre dann schon mit einer. Da müssen wir irgendwo den Strom aufnehmen wahrscheinlich. Also hier dann. Ja. Dann gehen wir mal da rauf, weil unten kommen wir nicht weiter. Wir müssen mal absprechen. Nein. Wir haben geschlagen. Hm. Ich sag eh die Stromfindung mit Notfalls. Falls die schnellen kommen. Da hat sich der weg. Da runter, runter. Ja. Da sollte ja nichts mehr kommen. Im Übrigen so geil, dass wir den Raum mal freigeschauen haben, dass da keine Fliege kommt. Hm. Tom hat sich entschieden irgendwas an seinem Handy rumzuspülen. Ja. Sockerspülen. Sockerspülen. Wir machen hier keine Schleiche. Ja. Ja. So. Gehen wir mal auf den Bakun. Oder was ist? Haben wir da irgendwas? Das ist doch hoch, also. Genau da muss irgendwas sein. Ich schau mal, wir haben eigentlich irgendwas übersehen. Ach, das ist das kann gut sein. Da war ja schon recht besoffen. Hm. Ah, da kriegen wir eine grüne Pflanze hinten. Die Schaus. Ah ja stimmt. Na, das passt eh. Voll, voll. Oh Gott. Ich glaub der Dings lebt da noch. Den müssen wir schließen. Ich glaub wir kriegen was von ihm. Vorsicht. Den haben wir ja schon erschossen. Aber weg ist er anscheinend. Was? Ja, ja. Nun gleich die Karten. Muss man sich umschauen, der ist wegsinkt. Sonst wäre es nicht noch rot. Ja, nicht gleich. Ja, jetzt ist es immer rot. Aha. Vielleicht wegen der Pflanze. Das war wirklich nur wegen der Pflanze anscheinend. Dann wird das ein Aulen wegen der Pflanze sein. Dann wird das ein Aulen wegen der Pflanze sein. Schade. Schlimmstenfalls gehen einfach alle auf den Türen durch. Ja, bleibt uns doch eh kein anderer Fall. Da muss ich auch schneiden. Da ist eine Schleifwerbung. Das ist gar nicht. Pleite. Wenn Sie wissen, immer gleich die Türen da oben. Weil es ist noch kein Viecher. Ich glaub da oben war ein Viecher. Es ist ja wurscht, wir können eh nichts machen. Geht's durch die große Türen und schauen, was mal am nähesten ist. Was braucht man bei der Spencer Tür? Ein anderes Emblem. Vielleicht könnt ihr eh das Wind Emblem da rein. Könnt's ja noch einmal probieren, jetzt ist ja eh frei. Da sind zwei von diesen ganz starken Dänen. Ah ok. Davor. Warte mal kurz. Schau mal das Wind Emblem vielleicht an. Außerdem ist es auch komisch aus. Es schaut aus wie irgendwas mit Kreuzen bei einer Spencer Tür. Ja. Ich weiß nicht. Hm. Nimm das mal da hinten raus. Was? Was da hinten? Was wir unten reingegeben haben. Vielleicht passt das nicht. Was? Das ist das, wo der Hund war? Ja. Nein, nein. Genau. Was wir unten im Raum jetzt da hinten eingegangen haben. Ob das beim Hund passt. Genau. Schau mal. Schau mal, ob du das noch mal rausnehmen kannst. Kannst das rausnehmen? Es kann sein, dass du das dort einsetzen kannst. Ja. Probier es mal dort. Stein und Metall Objekt. Nimm es mal. Was soll das heißen? Stein und. Das hat auch irgendeine Bedeutung. Ja, ja. Aber setz mal dort. Das hat auch kein Geräusch gemacht. Wenn du bist da jetzt. Aber jetzt. Klick nochmal rein. Das ist eine andere Kontrolle. Jetzt einsetzt. Genau. Aber jetzt ist es nicht mehr rot. Schau. Ich denke mal, das wird das sein. Ja, dann geh ich halt jetzt wieder. Okay. Ja, probieren. Probieren wir es mal. Weil das Spiel dir rein scheißen möchte. Wir probieren es jetzt. Ja, nein. Ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Weil alle Tür sind sonst zu. Ich glaube, das wird passen. Weil, nochmal. Soweit ich mich erinnern kann, ist es ganz am Ende, dass du die Tür aufkommst. Das glaube ich. Wenn da das eh kein Mensch hört, geht, kannst du irgendwo geschlagen. Das heißt, wir werden keine bütenden Kommentare kriegen. Du hast keine Ahnung. Positivereinstellung. Ach, das kommt immer. Ach, das kommt immer. Ja, das stimmt. Ich muss mit denen immer rumstraten. Ja, das stimmt. Immer noch die zwei. Ja, voll. Aber jetzt schmeckt gut rein. Wir haben es vorhin auch geschafft. Schaut uns mal. Flatsch. Ich glaube, der zweite ist nicht. Ja. Ja. Vom Geräusch her, klang nicht nach... Die andere, die andere. Das klang sehr stark danach. Der könnte es dort ganz ans Ende sein lassen. Habe ich den nicht immer kontrolliert? Was? Das Schände des verfluchten Sargs. Aha. Ah wirklich? Schauen, was da drin ist. Es gab manche Türen, dass du viel machen musst und dann war das einfach nur eine Tür, dass du leicht woanders hinkommst, das war's. Ja, Apfel sind sie wichtig. Ja, trotzdem müssen wir das auf den Herden gehen. Halt die Klappe. Was hat Dinger für Gärtner? Oh, jetzt kommen wir langsam zum Gewächshaus. Dann wird's lustig. Ah, der Elektro-Fotter. Ja. So. Drehpack. Jetzt bist du vorbei. Jetzt bist du blatschen. Na, gib mir da einen. Ich hab noch nicht fertig. Ich wollte echt, dass ich den ersten Hilfespray lebe. Nein. Computer sagt nein. Jetzt hab ich's. Ja. Warte, schau dich noch. Ist oben noch was? Nein, oder? Ich weiß nicht. Genau, geh mal grad aus. Ah, jetzt machen wir die Tür. Ich tippe mal, die wird wahrscheinlich verschlossen werden. Okay. Ich weiß nicht, wo die ist. Nein, die sind beide offen. Okay. Ah, jetzt kommt so eine solche Rätsel. Aha. Hm. Innen. Welchen Weg willst du nehmen? Den oder den anderen? Gehen wir mal da. Oh Gott. Was blaues? Ja, das ist gegen die Dings. Köter. Wir nehmen zwei Köter. Wir nehmen den anderen. Verpiss dich. Wir nehmen den anderen Fick. Noch haben sie mich nicht gesehen. Der anderen Weg. Der anderen Weg. Äh. Fick. Schreibt das raus. Schreibt mir ein Kilo zu. Wie? Wer spricht diese Sachen auf? Ich glaub jetzt aber, dass die meisten mit dem Wort Fick auf YouTube zurecht kommen. Ich hab auch Shit gesagt, oder? Ich hab' ich grad noch mal. Well of the Traction. Nein, nein, das ist wichtig. Cave of hatred. Ja, ja, aber merk dir das. Summit of Madness. Path of Revenge. N. Norden, Süden, Osten, Westen. Nicht ohne Scheinwasch. Höhle des Hasses. Gipfel des Irrsinns. Weg der Rache. So, das ist jetzt der Fick. Ach, geh mal, geh mal, geh mal gegen den Dreiter. Das muss man dann hin. Ach, drück jetzt noch nichts. Jetzt geh mal runter. Ich weiß jetzt noch genau was da braucht. Ich glaub da ist er nicht für zu. Aha. Ich hab' ich glaube da ist er nicht für zu. Der Fick. Weg besser. Du drohst, grüchst, grüchst und Regen. Genau, genau. Ach, scheiße. Na, da ist noch nichts. Jetzt kannst du, genau. Oh. Ich hab' dir gesagt, du knieckst. Das kannst du jetzt noch nicht. So, jetzt hab' ich's geschafft. Die Tür dann zu öffnen, steht jetzt da mal jetzt. Das trifft sich, wenn die Begehren des Hundesgestündes sind. Kampfschreiter Rache. Wer ist der Atemzug zur Zerstörung? Also, blau ist Zerstörung und rot ist Rache. Zerstörung und blau. Ja. Also, N. Nord. Nord ist blau. Und West Rache. Also, rot ist. Jetzt musst du nicht treffen. Ja. Ja. Da erkennst du's ja. Versuch das mal mit der beschissenen PS1-Grad da rauszukriegen, wie in sich das Scheiß-Ding dreht. Das war Horror. Ja, die eine Seite. Ich hab' dir das vorhin auch Norden gehabt. Ja, aber ich hab's ja wieder deaktiviert leider. Soll's eigentlich gehen. Die Zuschauer-Typen sind ganz ähnlich. Ja. We did it. S A. Was mach' ich, wenn ich langsam gehe? Das sind viele Grems. Das sind sehr viele. Ich glaub' die Grems liegt da noch nicht mehr an. Da kommt das Ding rein. Ah, da kommt der Wind rein. Sehr vertikale Striche, ein Kreuz und ein Holz in alle Striche könnte das eine Art Symbol sein. Ja, das könnte dann besser gehen. Schau dann nur beim Spencer-Ding, so ob du's wieder rausnehmen kannst. Ja, das... Oh! Ja, die Garten. Okay, die Garten. Ja, die Garten. Ja, die Garten. Ja, die Garten. Ich hab' wohl jetzt keine Ahnung, wohin das führt. Ich auch nicht. Ich bin jetzt total... Warum wollen wir noch das andere auch noch haben? Ich hab' jetzt absolut keine Ahnung, was... Ah, das ist das fette Fisch. Das kannst du nicht umbringen. Ich hab' absolut keine Ahnung, was jetzt passiert. Wenn Henmal weiß, im schlimmsten Fall sorgt uns das Fisch ein, am Schädel und entführt uns. Weil das gleich mit dem Christen passiert. Dann sind wir eigentlich ziemlich genau dort, wo ich... Naja, du weiter weiter. Das wär' halt dann nur lauernd, weil ich dann auch so noch eine Kiste und so weiter finde. Eine kleine Kiste für dich. Ah, da gibt's eine gewarte Ehe, da kommt dann eine Kiste. Das sind wir uns eigentlich. So, da geht der ganz rauf, da kommt gleich zu einem alten Haus oder so. Mal schauen. Mal schauen. Deswegen muss ich gleich gucken. Ah Gott. Mal schauen. Hast du irgendwo was gesehen dabei? Mal schauen. Mal schauen. Da sind Bierdosen. Ich muss mal. Ich muss mal nutzen. Ja, klar, klar. Ich glaub drin ist eh einer. Das ist das mit der Pflanze. Das ist das, wo ich mit Chris gestartet hab. Ich glaub ich, alles gut. War einfach ruhig. Ah,له! Oh ja. Dann sollte es jetzt eigentlich rein kommen, dann, aber nicht. Da wird vielleicht das Ding da sein, ne. Hast du die schlangen ein algún atem nicht? ja da nicht nah da waren die in der pflanze drin irgendwas war die maschine schiert auch cooles macht geräusch ok wir müssen dann zu den nirgendwann ok doch keine kiste oder das war eine schreibmaschine da ist die kiste ganz am Tag runterrücken vorne liegt was ja meine Winde so so das rein das Windbutton darin kann man gleich zurück die Winde kannst du eigentlich reintun brauchen wir jetzt nur glaube ich wenn wir draußen bleiben in der Hufdecke schon was brauchen ja das kann sein nehmen wir das Fahrtband dann will ich dann speichern was zum speichern mal ab das speicher ja das ist ja der Landkreis hinterlassen in rot und schleimig weiß und hart was nicht echt ich weiß nicht Papi wieder gefunden als angegriffen kein bewegt nur bei ihr sagt mach mich hoch so allein alles ok ich tue mal speichern ähm camp unter gar keinen Umständen gegen das Viech wir müssen abhauen noch nicht oder ja ich auch das schneiden wir raus ok jetzt hat er schon wieder scheiße gefällt es passiert nichts ok wird schon die nehmen die schluss die mehr die leid die 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 ich habe keine Ahnung mehr entweder da oder es ist ein Griff in die Toilette es ist ein Griff in die Toilette oh fuck ist halt sehr langsam aber dafür wenn es dich mal trifft ja ich merk's entspannlich ja du kannst auch einfach aus der Tür aus zu stehen es braucht es ist einfach ausfugt du nicht mal in der Nähe bist also ich leide das Tapan mit obwohl ich bin eh Warnung die Dinger werden ja wahrscheinlich eh gleich los ja das Windwappen geht mir ehren da ist da nie wieder Platz brauchst du mal einen Speicherpunkt gehabt an es nicht mehr ich glaube es kommt mich jetzt nicht dass die bleibt im Haus die Wertheitaufbau zu schießen Das war die Aktion, das spürt, dass er abends bis hier... Ah! Du kommst nicht vorbei! Ach so? Ne, ich glaub, der Quiz ist auch ein bisschen schwerer. Ach Gott, jetzt schnell! Ich glaub, ich möchte ihn wieder attackieren. Denn der Wind über die Erde weht. Scheine Sterne, wenn er aufpasst. Das wird jetzt das abends sein. Ja, endlich! Oh Gott, hast du das jetzt gemerkt? Das müssen wir jetzt nämlich richtig dort drüben einsetzen. Ah! Ähm... Es steht wahrscheinlich nicht mal alle raus, dann dreht sich das wahrscheinlich... Ich hab nicht mal... Ach so, wir kommen nicht alle dran. Oh! Ah, okay, gut! Passt! Zwei, zwei... Es gibt einen Schalter, die die Größe... Ah! Du musst jetzt dann so einsetzen. Okay. So, den Strichen, ganz links. Zwei, drei... Ah, das macht sie automatisch. Passt! Der Stärz sieht genial aus! Schau das Gesicht aus! So ein angepisst der Sterne! Ah! Plus! Das Unterteile ist für den Kreuz gefahren. Das wird's nichts. Die Sonne! Hopp! Ah! 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 Das Plus! Du musst ja... Da sind wir wieder raus. Jetzt ist Plus! Plus oder Sterne? Oh! Geil! Mal klug! Wurde ordentlich her... Nein! Magnum! Nein! Jetzt schon ich bitte mal mit der Magnum! Warte, ist da eine Hinschrift? Ah, das ist sogar klar! Ja, ist ein Schuss! Sehr gut! Sind wir bewaffnend! Fuck, ja! Running! Ah, wenn sie wissen, kann man jetzt zu finden! Jetzt bin ich eh bewaffnet! Jetzt sind wir schwer bewaffnet! Jetzt gehen wir zu den Hunden! Ich glaub dort sind wir, dann sollten wir jetzt im NDRG fertig sein! Kurbelhammer! Ich glaub da drüben, da ist eh nix mehr, ne? Da rechts halt nix mehr... Ich mein da ist ein Pfeil nach oben, ich weiß nicht was das bedeuten soll, vielleicht kommt man von dort! Vielleicht muss ich irgendwas machen und lass ich da halt dann durch hinkommen, aber ich hab jetzt da nix zu tun! Ja, ja! Nein, es ist nicht rot oder was! Ich hab jetzt nichts zu tun! TomTom ruiniert das Video! Nein, wenn ich zum Beispiel einer nicht einen Text schreiben kann und dann immer die Nachrichten mit 3 Wörtern schreibe! Das ist sowas von behinderbar! Wer hat noch einen ganzen Text? Ich fand das so geil bei den Simpsons, wo die Hot... Senden! Harder! Senden! Nicht! Bei den Sims, wo er anruft wegen den Dings, wegen den was 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 genau, die Sport... Genau, die Sporttipps! So, pro Minute 1 Dollar und er ruft an! Das Spiel! Sin... Sin... Kann schon! Das kostet mich einen Dollar die Minute bei ID! Cincinnati! Geh! Geh! Gegen! Oh! Okay, dann machen wir aber eine kurze Pause, wenn es... wenn du ja rauchen wolltest! Ja, mal denke ich... Was heißt noch mit Papier? Ja, du... Ich nehme jetzt das Ausdinken! Ach! 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 Ach!